Bei der Macht von... Ach, los geht's! Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Heute bauen wir ein kleines Klemmbaustein-Set zusammen. Und zwar kommt das von Megakonstrux, früher auch bekannt unter Megablocks, und zwar aus der Masters of the Universe Reihe. Eine sehr, sehr schöne Serie, wie ich finde. Also ich bin ja in den 80ern groß geworden und da waren die Masters of the Universe der geilste Scheiß eine ganze Weile lang, so bis 87, 88. Dann ist das ein bisschen abgeflaut, aber ich finde die hier immer noch super nostalgisch und schön. Habe mir deswegen das Set geholt und bin eigentlich da richtig drauf gekommen, weil ich dieses Jahr von der New York Toy Fair, also von der Spielwarenmesse dort, da war auch Megakonstrux vor Ort und da gab es das Gerücht, dass die ein richtig geiles Castle Crayskull-Set rausbringen. Ein richtig großes Ding, was wahrscheinlich so 300 Dollar dann kosten soll. Und ja, ich blende euch da was ein zu, wenn das wirklich so kommt, wird das unglaublich cool. Und da bin ich nochmal hier auf den Zug aufgesprungen und dachte, komm, ich gucke mir mal an, was es hier schon schönes gibt von Megakonstrukts. Und da gibt es als, ich sag mal, als Playset, als Zusammenbauset eigentlich nur hier den Windrider oder die Windrider Attack mit He-Man und Skeletor als kleine Minifiguren mit dabei und dann natürlich der Windrider, das Fluggerät. Und da steckt, glaube ich, sogar ein Play-Feature drin, dass man hier den Haken abschießen kann. Insgesamt haben wir hier 198 Teile, also echt ein kleines Set. Die Nummer ist GCP90. Ich verlinke euch das alles hier unten in der Videobeschreibung. Man kann es ganz normal bei Amazon kaufen. Manchmal ist es verfügbar, manchmal nicht. Da müsst ihr einfach ein bisschen Glück haben. Auf der Rückseite sehen wir dann nochmal den Windrider, den wir hier bauen werden. Hier, was man noch alles so bewegen kann. Ja, also hier an dem Heckteil kann man wohl noch was bewegen. Hier an den Flügeln, die kann man irgendwie hochklappen. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann hier vorne der Haken bzw. der Anker, der kann wohl rausgeschossen werden. Und dann haben wir noch hier He-Man und Skeletor. Natürlich gibt es davon noch andere Dinge, aber hauptsächlich, nicht nur hauptsächlich, aktuell nur Figuren. Es gibt hier noch Beastman, Tealer, Faker und, und, und. Noch so einige andere sind leider relativ teuer, wenn man die einzeln kauft. Wenn man He-Man und Skeletor haben will, ist das hier in dem Set tatsächlich so ziemlich am günstigsten. So, also ich würde sagen, ach hier oben, hier kann man die beiden auch noch sehen. Genauso wie hier an meiner Wand, seht ihr, sind die dort draufgebracht. Links He-Man und rechts einmal der gute Skeletor. Ja, auch die habe ich mir ja nochmal gekauft. Die beiden Figuren hatte ich früher als Kind alle mal gehabt, zumindest die beiden. Und habe sie dann irgendwann verkauft, wie das so ist, wenn man ein bisschen größer wird. Und heute hätte ich sie gerne nochmal zurück, aber zum Glück kann man die ja von Super 7 ganz gut nachkaufen. Ist noch gar nicht mal so teuer. Also, da kann man sich das mal anschauen. Aber jetzt schauen wir mal hier in die Packung rein. Was wir da finden, so viel kann es ja nicht sein. Also, einmal ausschütten. Die Packung ist leer. Unten gab es übrigens nichts Interessantes zu sehen. Und dann haben wir hier einmal die kleine Anleitung. Und ein, zwei, drei, vier Tütchen. Wobei hier, was haben wir denn da? Die Tüte hier fühlt sich ein bisschen anders an. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Schaut her, die Minifiguren sind komplett auseinandergebaut. Bei den anderen Sets, die ich hier schon hatte, gerade von Star Trek oder so, da waren die immer schon vormontiert. Interessant. Ansonsten, ah, viele kleine Bausteine in so einem recht dunklen, ja fast schon Armeekrün, Armygreen. Müssen wir mal gucken. Bauschrittnummerierungen sind hier keine drauf. Aber das wäre bei der Größe auch ein bisschen übertrieben. Dann gibt es hier noch eine App. Was ist denn das? Mega Constructs Beyonders. Download die App. Oh, das probieren wir mal gleich aus. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Schauen wir mal kurz rein. Hier haben wir so kleine Comiczeichnungen von He-Man und von Skeletor. Und da sieht man, wie man jetzt hier die Figuren wohl zusammenstecken muss. Ganz schön viele Teile sind das. Und dann hat man hier den stärksten Mann des Universums. Das ist dann wohl Bauabschnitt 1. Und dann wird hier ganz normal alles gebaut. Das wird ja recht einfach und unspektakulär werden. Wir kennen es ja schon, also immer hier mit dieser Farbcodierung, dass man sieht, welcher Stein und welche Noppe hier wo drauf gesetzt wird. Danach lässt es sich sehr gut bauen. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon gehabt. Und wir haben insgesamt Seiten, in denen gebaut wird. Na, da ist schon alles fertig. Da auch eigentlich, ja, hier 26 Seiten. Alles, was danach kommt, ist nur noch ein bisschen Bebilderung und eine Teileliste. Ja, und hier nochmal, dass man sieht, was alles im Set mit drin steckt. Und hier seht ihr, ja, so viel gibt es leider noch nicht. Hier die paar Figuren. Ja, ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, das Castle Greyskull kommt wirklich. Denn diese Welt hier von den Masters of the Universe, die bietet noch eine ganze Menge, was man da Schönes an Sets machen kann. Und natürlich gibt es auch dazu, nächstes Jahr, ich glaube 2019 im Sommer oder so, fangen die Dreharbeiten an, gibt es hier endlich mal einen Kinofilm. Hoffentlich wird er gut. Also. Ich als 80er Kind wünsche mir das auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal mit der App hier aus. Dann wollen wir doch mal sehen. Kamera App starten. Einmal draufhalten. Öffnen. Download in die Apps. App Store App nicht verfügbar in deinem Land. Och, Freunde, ihr seid ja lustig. Dann ist ihr wahrscheinlich nur in den USA und in ein paar anderen Ländern verfügbar. Aber kein Problem, ich habe ja einen US-Account. So, ich habe mir die App jetzt runtergeladen oder zumindest mal in dem amerikanischen App Store gefunden. Und da kann man schon mal lesen, was man hier finden soll. 3D-Animationen, wo gezeigt wird, wie hier gebaut wird und neue Bauideen und all solche Geschichten soll es hier drin wohl geben. Da könnt ihr das schon sehen. Das hier sind keine Sets. Wahrscheinlich, was man aus seinen Steinchen sonst noch bauen kann. Ja, irgendwie sowas gar nicht mal so interessant. Jetzt wollte ich die hier auch runterladen. Und da lese ich, natürlich, die gibt es nur fürs iPad. Ja, also das iPad hole ich jetzt nicht auch noch. Von daher, das hier wird uns nicht wirklich viel weiter bringen. Vielleicht für die Kinder schön, wenn dann hier irgendwelche Steinchen übrig sind. Und die können sich dann hier neue Inspirationen holen. Aber, ja, für uns an der Stelle dann doch eher uninteressant. Aber was ich mal hole, sind jetzt meine Tellerchen. Da werde ich hier die Tüten mal drauf verteilen. Und dann bauen wir mal los. Ein paar Bauschritte habe ich jetzt schon hinter mich gebracht. Bin auf Seite 6. Und das hier ist so, ja, die Grundform oder die Grundplatte quasi des Windriders. Und, ja, so ein paar Sachen kann ich jetzt hier schon sagen. Zum einen, hier ist verdammt viel Grün, was verbaut wird. Aber zum anderen, die Bausteine hier lassen sich mal wieder bestens verbauen. Also, qualitätsmäßig bin ich so gewohnt von Megablocks. Ist das hier alles tipptopp. Also, keine Fehler. Auch bisher keine großen Farbunterschiede, die hier stören würden. Außer hier unten. Aber das ist ja so gewollt. Und, ja, vom Einbau her lassen die sich echt gut verbauen. Klicken schön ineinander, haben keine großen Spaltmaße. Also, das macht Spaß, da mitzubauen. Wobei, ich habe hier wieder so ein typisches Problem. Und zwar hier auf dieser Fliese. Ja, mal schauen, ob man das einfangen kann. Die ist mal wieder ein bisschen verschrammelt und verkratzt. Die sieht also schon aus, als hätte die eine Weile, ja, schon Lebenszeit hinter sich. Aber, naja, übliches Problem. Aber da kann ich durchaus drüber hinwegsehen. Was noch interessant ist. Wir haben ja jetzt hier immer stehen, da haben wir es, Megakonstrucks. Und früher stand da auch wirklich Megablocks drauf. Aber wenn man mal hier genau auf die Steinchen drauf schaut, da steht nämlich immer noch Megablocks drauf. Auch hier zwischen den Noppen, wo es hier gedruckt ist, da kann man es schön sehen. Also, da steht immer noch Megablocks und nicht Megakonstrucks. Also, ich blicke bei denen eh nicht durch, was jetzt hier, warum so umbenannt wurde. Aber soweit ich das verstehe, gibt es Megablocks nicht mehr. Und die haben sich jetzt umbenannt 2018, 17, keine Ahnung. Ich blicke bei denen echt nicht durch, aber, naja, soweit dazu. Und dann hier beim Auspacken habe ich noch gesehen, wie üblich hier bei Megablocks, Megakonstrucks, gibt es keine Aufkleber. Und hier haben bedruckte Teile. Und das sind hier einmal die oberen Seitenteile des Windriders. Da haben wir hier so einen schönen Aufdruck drauf. Und der sieht auch ganz gut aus. Also, 100% perfekt nicht. Aber das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau. Ich finde hier vom Druck natürlich das zweite Seitenteil. Das hat genau denselben Aufdruck. Vom Druck ist das hier schon echt schön gemacht. Und immer eine Millionen Mal besser, als wenn da ein Aufkleberchen drauf wäre. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Teilchen. Auch da noch was drauf gedruckt. Und natürlich hier auf dem Gegenstück ebenfalls noch. Dann gibt es hier eine Menge Sonderteile, wie hier diese Tragflächen, die hinteren. Und, keine Ahnung was, hier werden wohl die Triebwerke werden. Und, ja, irgendwie ein Teil vom Haken oder so. Dann haben wir hier noch eine kleine Schnur von der Hakenwinde, die da später irgendwie dran gefrickert werden muss. Und was haben wir denn noch? Hier noch so ein paar Transparentteilchen. Das sind, ja, Flammen, die wohl später aus den Triebwerken rauskommen. Die sind ganz schön. Und die fühlen sich schon so ein bisschen, ja, gummimäßig an. Dann haben wir noch eine blaue Clear, also Transparentfliese. Macht einen guten Eindruck. Und, ja, da seht ihr noch mal ein bisschen was in Orange und Grün und so ein paar Sonderteile ist. Hier, ich weiß nicht, wer sind das Räder? Hat der Windrader Räder? Keine Ahnung. Und hier haben wir auch noch mal, ups, da haben wir es. Sieht auch aus wie vom Triebwerk vorne, die Triebwerksschaufeln, die hier noch dabei sind. Also ihr seht viele, viele Sonderteile. Schön ein paar, na, insgesamt vier gedruckte Steinchen haben wir hier noch mit dabei. Und da hinten habe ich noch hier unsere, ja, unseren Helden ausgepackt aus der ersten Tüte. Da ist auch noch mal eine Extratüte drin. Unser He-Man, das Gesicht, das zeigt er uns noch nicht. Die baue ich ganz zum Schluss auf. Also einmal hier He-Man, leider ohne Waffe, wie es aussieht. Also da ist gar nichts dabei. Kein Zauberschwert, keine Axt oder auch kein Schild. Also der sitzt wirklich nur im Cockpit. Und dann haben wir hier noch unseren Skeletor. Der hat aber alles dabei, was man so braucht. Der hat hier sein Schild dabei, seinen Linden-Schutz. Und da ist auch schon der Kopf zu sehen. Schauen wir mal kurz auf den Druck. Der sieht gut aus. Doch, der sieht wirklich sauber gedruckt aus. Und, ach, wartet, ich muss mich korrigieren. Da ist doch tatsächlich noch eine Axt dabei. Aber das ist doch die Axt von He-Man und nicht die von Skeletor. Na, wie ist denn die da reingekommen? Okay, also schauen wir, wie gesagt, ganz zum Schluss. Ich baue jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Bin ja erst bei Seite 6. Und, ja, der Windrider wird weiter montiert. Oh je, ich bin heute irgendwie hibbelig. So. Auf Seite 12 hat unser Windrider hier schon ein bisschen was auf die Knochen bekommen. Also, er bekommt Gewicht und ist auch schon solide. So sieht es von unten aus. Wir haben jetzt im Prinzip hier diese beiden Teile. Einmal das und einmal das wie so Seitenportons hier dran gebaut. So sieht es dann von hinten aus. Und dann wurde hier noch so ein kleines gelbes Teil reingesteckt. Ist wie so ein, Moment. Ja, da haben wir es. Ist wie so ein Technik-Pin mit oben so einem kleinen Stiftchen dran. Auch keine Ahnung, wofür das genau sein soll. Aber das wird dann einmal hier reingesteckt. Ja, die Platte, die ist noch freigelassen. Hier hinten ist ein Haken dran. Also recht unspektakulär gebaut. Aber so langsam nimmt er Formen an. Und ich wollte euch den mal kurz zeigen, bevor wir hier anfangen, ja, das ganze Teil hier zu verkleiden mit Fliesen. Und da ist mir was aufgefallen. Da ist doch noch ein Druck drauf. Den habe ich wohl völlig übersehen. Schauen wir mal. Das muss irgendwo hier drin sein. Da auch nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Na, wo sind die denn? Ah, natürlich hier in der Schüssel. Jawohl. Ach, da ist noch mehr bedruckt. Und da haben wir einmal hier so. Mann, heute fällt mir aber auch alles runter. Aber wir haben ja noch eine, die fällt mir nicht runter. Also doch, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte mich mal untersuchen lassen. So, also wie gesagt, hier noch bedruckte, ja was sind das? Slopes, Fliesen, Rundfliesen, irgendwie sowas mit so Goldstrichelchen und einem Punkt drauf. Und die werden dann gleich einmal hier zur Verzierung oben drauf gesetzt. Also hier so an den Rand. Und dann kommen als nächstes schon die Triebwerke dran. Die Triebwerke sind jetzt dran gebaut und die wurden hier ganz leicht einfach nur hier dran gesteckt. Ihr seht, hier haben wir diese, diese Pinne, die da raus gucken und die werden einfach hinten in das Loch reingesteckt. Und schon sind die Triebwerke dann befestigt. Aber eine Sache ist mir hier leider doch noch aufgefallen, was ja doch allzu häufig vorkommt. Und zwar haben wir hier einen Farbunterschied. Und zwar zwischen dieser bedruckten seitlichen Fliese hier und den anderen beiden. Denn die anderen beiden, die sind dunkler und die bedruckte, die ist deutlich heller. Nicht nur auf der einen Seite, nein, auch hier auf der anderen Seite. Auch die bedruckte Fliese deutlich heller als die anderen beiden. Ja, stammt wahrscheinlich aus unterschiedlichen Chargen und da haben sie die Farbmischung nicht so eins zu eins hinbekommen. Passiert immer mal wieder. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber naja, könnte man doch auch schöner machen, dass das immer einheitlich wäre. Jetzt habe ich hier noch ein interessantes Teil gefunden, das ich so noch nie gesehen habe. Und zwar ein Einmaleinser oben mit Loch und nicht zu, wie man es normalerweise kennt. Und noch mit einer seitlichen Noppe, dass man hier so eine kleine Bauumkehr noch hinbekommt. Also ja, Megakonstrukte und Megablocks, die sind ja immer dafür bekannt, dass die hier ganz interessante Teile hier sich ausdenken. Ich kenne die hier zwar schon, ist mir natürlich auch jetzt runtergefallen. Ich habe heute die Fallsucht hier. Ich kenne die aber nur jetzt als Einmaleinser mit zwei Noppen an der Seite. So diese eine habe ich bisher noch nicht gesehen. Naja, egal. Ich baue dann mal weiter. Übrigens, wir sind auf Seite 15. Leute, ich muss mich korrigieren. Hier ist ja viel mehr bedruckt, als ich dachte. Wir haben hier noch diese Seitenteile, diese Bögen hier. Da ist auch noch mal ein Druck drauf und der gehört dann eben zu diesen anderen Drucken, die ich euch schon gezeigt habe. Passt hier wunderbar zusammen, stellt wohl irgendwie ja einen Vogel dar. Genau das Gleiche natürlich noch mal hier auf der anderen Seite. Sehr schöne Drucke, also noch viel mehr. Und wir haben sogar noch eine Fliese mit einem Goldaufdruck drauf. Ja, das kommt dann hier auf das Ding. Das wird, ich vermute mal, das Steuerpult später werden. Das habe ich hier schon gebaut, hier mit so zwei Griffen dran. Und ihr erinnert euch noch vorhin an das besondere Teil, das ich euch gezeigt habe. Diese einer mit Loch. Ich habe ja noch eine mit Loch, aber da geht die Noppe nicht nach unten weg, sondern nach oben weg. Also echt interessant, was die sich hier immer so ausdenken. So, das wollte ich noch kurz loswerden. Er nimmt hier schon richtig Formen an der Windrider. Ich mache mal flott weiter. Der Abschnitt hier, der ist auch typisch Megablocks oder Megakonstrukts. Das habe ich bisher nur da hinten bei der großen Enterprise gehabt, dass ich da temporäre Teile angebaut hatte, die dann später wieder entfernt wurden. Und genau das haben wir hier unten drunter auch. Denn wir haben ja dort diese hellgrünen Platten. Also zweimal Dreier und die kommen jetzt nochmal runter. Die waren nur zur anfänglichen Stabilisierung gedacht. Tja, und da haben wir ein Problem von guter Klemmkraft. Das bekommt man gar nicht mehr hier runter. Also das vordere habe ich runterbekommen, da liegt es. Aber das andere kriege ich hier gerade gar nicht runter. Das ist mega fest da drauf. Von daher, naja, ich lasse es einfach mal, bevor ich hier irgend noch was kaputt mache. Kleines Problem, wir haben hier keinen Teile-Trenner mit dabei, Megablocks. Was soll denn das? Also, das sind noch die anderen übrig gebliebenen Teile. Das hier sind die Standplatten für die Minifiguren. Und dann haben wir eigentlich nur noch hier so ein Steckerchen übrig. Das war's. Gefehlt hat überhaupt gar nichts. Und da steht da nun unser Windrider und der sieht eigentlich ganz nett aus. Was heißt eigentlich? Der sieht nett aus. Der sieht aus wie ein Windrider. Und unten drunter, wie ich jetzt vermutet habe, haben wir nochmal hier jeweils zwei Räder. Einmal hier und einmal hier. Ja, da hätte ich mir aber hier vorne auch noch was Kleines gewünscht in der Mitte. Damit der dann nicht nur hier hinten Räder hat zum Rollen, sondern vielleicht auch dann vorne. Aber dennoch, wenn die Kids damit spielen wollen, geht das somit schon mal etwas besser. Dann, Achtung, einmal Play-Feature-Demonstration. Wir können die Drahtflächen nach oben und nach unten schwenken. Und hier hinten die Heckflosse, die können wir auch bewegen. Und dann das Mega-Play-Feature. Das ist hier vorne der Haken. Denn den kann ich hier einmal lösen und dann wird er quasi so rausgeschossen. Baumelt dann da und man kann den Bösen damit einfangen. Aber man kann auch hiermit nochmal den Haken zurückkurbeln. Seht ihr das? Eine richtige kleine Seilwinde ist hier dran. Das ist ja mal eine nette Sache. Habe ich so beim Bauen erst gar nicht kapiert, was damit genau gemeint ist. Natürlich, wenn man es hier noch schöner anknotet, wie ich gemacht, dann sieht das netter aus. Aber hier, das ist ein nettes kleines Feature. Ja, also das funktioniert auch wunderbar. Und dann wird der Haken einmal hier vorne nochmal eingeklippt. Und dann hält er auch richtig, richtig fest. Und wie ich eben schon mal vermutet habe, ist das hier das Cockpit. Hier der kleine blaue Stein ist irgendeine Anzeige. Hier die zwei Griffe, wo sich He-Man festhalten kann. Und die etwas zerkratzte braune Fliese ist dann der Sitz. Und dann haben wir hier noch aus drei braunen Slopes, so kann man es schöner sehen, die Rückenlehne gebaut. Dann noch hier so einen geriffelten Einer-Stein draufgesetzt. Und das sieht echt schön und nett aus. Und ah ja, die Flammen, schaut sie euch an. Hier hinten kommen sie aus den Triebwerken raus, alles schön zusammengesteckt. Sehr einfach, sehr simpel, aber macht doch einen netten kleinen Effekt. Tja, und dann ist er schon fertig, unser Windrider. Aber was natürlich noch fehlt, ist einmal der Windrider-Pilot, unser He-Man, der noch da hinten rumliegt. Und Skeletor, der hiermit bekämpft wird. Also baue ich die beiden Recken hier mal noch flott zusammen und dann schauen wir uns die noch an. Tja, und da sind sie fertig, die beiden. Ich muss sagen, der Zusammenbau, der ist ein bisschen frickelig hier bei den Figürchen. Aber die sehen richtig cool aus. Und hier ist ganz klar das Highlight Skeletor. Also den finde ich mal mega toll. Der hat einen ganz, ganz tollen Gesichtsdruck. Auch die anderen Drucke unten an den Füßen und so. 1A, die Rüstungen, die sind bei beiden gummierte Teile. Also richtige Gummi-Rüstungen, die sie anhaben. Sowohl Skeletor als auch He-Man. Und He-Man sieht natürlich auch gut aus. Aber ich muss sagen, der Skeletor, ihr müsst mal dort genau auf das Gesicht schauen. Der ist mega, mega gut. Und wenn man auch die Größe mal im Kopf hat, wie klein die Dinger doch sind, der ist mega gut geraten. Aber auch He-Man hat einen sauberen Druck und er hat die Lochaugen und sieht auch cool aus. Die Axt, ihr seht schon, die kann man ihm hier hinten in die Rüstung rein machen, natürlich auch in die Hand geben. Und auch Skeletor könnte man hier sein Schwert hinten in die Rüstung einmal reinschieben. Also richtig schöne, coole Figuren, Freunde. Und auch hier der Windrider im Hintergrund, der ist auch schön geraten. Ein echt, echt nettes Set, das mir persönlich richtig Spaß auf mehr macht. Also drückt mal mit mir die Daumen, dass wir hier Castle Greyskull bekommen. Vielleicht so ein richtig cooles Set mit 2000, 2500 Teilen. Und massig Minifiguren würde ich mir dazu wünschen. Und dann wäre das hier eine richtig tolle Spiel- und vor allem auch Displaywelt von Masters of the Universe. Aber für heute soll es das gewesen sein, Freunde. Wenn ihr auch Bock auf das Set habt, ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es ist immer mal wieder verfügbar, dann ist es mal ausverkauft. Probiert es einfach mal öfters aus, wenn es nicht direkt da ist. Auf jeden Fall, es macht Spaß zu bauen. Und allein schon wegen den Minifiguren ist das Set den Kauf absolut wert. Also, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Zusehen.